Grüß euch Leute und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video von mir. Mein Vorschlag für eine neue Regel bezüglich Twitch und Instagram, wenn jemand eine Story macht oder streamt, dann sollte diese Person immer Hände und Unterarme schön sichtbar haben. Bevorzugt auch gestikulieren und durch nichts verdecken. Andernfalls könnte man glauben, dass diese Personen etwas verstecken, was illegal ist. Das ist einmal mein Vorschlag für eine neue Regel. Und jetzt kommen wir zum Kernthema. Das Wetter in Mitteleuropa, insbesondere in Österreich und Deutschland spielt aktuell sehr verrückt. Wir haben heute 12 Grad gehabt in der Früh und etwa um 8 Uhr ist losgegangen mit Blitz und Hagel, gefolgt von Sonnenschein, Schein und Sturm. Dann war wieder mal ein bisschen Ruhe. Und dann ist schön brav weitergegangen. Die Hagelkörner waren etwa 3 Millimeter dick. Und dann wieder mal ein heftiger Sturm und so weiter. Und das war dann im Laufe der letzten vier Tage genau so. Jetzt könnte man sagen Holotrio Auswirkungen vom Sonnensturm. Denkst du? Ein Sonnensturm kann sowas nicht auslösen. Er ist gefährlich für die elektronischen Geräte, aber sonst auch gar nichts. Ich kann euch nur sagen bezüglich Wetter, das war erst der Anfang. Freut euch auf einen Sommer mit Regen, mit Sturm und mit einem Haufen Bonbon. Ich persönlich hasse es, wenn die Sonne scheint. Ich mag es, wenn es bewölkt ist. Wie immer könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren. Über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich ein kostenloses Abo. Würde ich mich sehr freuen. Auch eure konstruktiven Kommentare. Wer mich beleidigt oder gar hatet, der wird automatisch von YouTube gesperrt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Bleibt's cool und gesund. Euer Mike.